Am 13. Oktober feierten Herzogin Kate und Prinz William das 10-jährige Bestehen ihrer Sportstiftung Coach Core. Beim dazugehörigen Event in London erschien Kate wieder mal top gestylt in einem blauen Blazer von Chanel und einer weit geschnittenen Stoffhose. Was dabei jedoch auffiel, Kate scheint immer dünner zu werden. Vor allem ihre sehr schmale Taille wurde von dem Schnitt des Blazers hervorgehoben. Die Herzogin hat in den letzten Jahren immer mehr abgenommen. Während sie sich vor ihrer Hochzeit mit Prinz William mit einigen Kilos mehr auf den Hüften zeigte, schien sie nach ihren Schwangerschaften mit ihren drei Kindern immer mehr Gewicht zu verlieren. Dazu trägt sicherlich bei, dass Kate sehr sportlich und aktiv ist. Gerne verbringt sie Zeit draußen mit ihrer Familie und zeigt auch bei Auftritten im Sportbereich immer vollen Einsatz. Auch wenn Herzogin Kates Gewichtsverlust über die Jahre für viele Fans besorgniserregend ist, eines ist jedoch die Hauptsache, dass die Frau von Prinz William gesund ist und sich in ihrem Körper wohlfühlt. und sie hat sich nicht regelmäßig ausgewertet. Mund Wikipedia